Herzlich willkommen zur Vorlesung Organisationsentwicklung und Personalführung. Ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen, nachdem wir uns ja schon aus dem dritten Semester internes Rechnungswesen gut kennen. In Organisationsentwicklung und Personalführung geht es um die Themen Grundbegriffe der Unternehmensorganisation, Organisationsstrukturen, Change Management und die Transformation vom klassisch-hierarchischen zum agilen Konzern. In der Personalführung beschäftigen wir uns mit den Themen Personalplanung und Beschaffung, Personalentwicklung, Personalbeurteilung und Personalpreisetzung. Besonders liegt mir am Herzen, Sie auf die zukünftige Bewerbungsphase vorzubereiten. Und dazu habe ich auch in diesem Semester, wie in jedem Semester, einen Gastdozenten aus der Praxis eingeladen. Ein sehr erfahrener Headhunter, der Sie aufklären wird über Trends in den Bewerbungen, in der digitalen Bewerbung. Und ich freue mich, dass wir dies und viele andere Themen miteinander bearbeiten werden. Bis in der Vorlesung. Bager. Ein weiteres Wort. Bager. Vielen Dank.